Musik Die Dinger am Handsteuerung ist ideal für Leute mit Handicap, absolut, die die Bannierie bewegen können. Musik Das hat riesen Spaß gemacht. Du musst nur den Mut haben, dem Ding volle Pulle um die Ecke zu fahren und keine Angst haben, umzufallen. Wenn du umfällst, sowieso alles zu spät. Also geht's. Musik 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 Musik